Seychellen-Urlaub. Welcher Reisetyp sind Sie? Und was können Sie auf dem Seychellen unternehmen? Doch zunächst einmal, wo liegen die Seychellen eigentlich? Sie mögen die klassische Pauschalreise? Die Seychellen bieten Strände wie aus dem Bilderbuch. Sie sind ein globaler Gourmet? Dann bietet Ihnen die kreolische Küche ungeahnte Leckerbissen. Oder gehen Sie lieber auf Schnäppchenjagd? Dann werden Sie vor allem auf Mahi erfündig. Aber lesen Sie unbedingt vorher meine Shopping-Tipps gleich unten. Wenn Sie im Urlaub Neffenkitzel brauchen, gehen Sie surfen, Windsurfen oder tauchen Sie mit ein. Sind Sie ein zweiter MacGyver, der lieber jenseits der Touristenpfade wandelt? Wie wäre es dann mit Hiking oder einem Segeltörn auf eigene Faust? Für Romantiker gibt es wohl kaum einen Platz auf Erden, der dem Garten Eden so nahe kommt. Einfach ideal für die Flitterwochen. Wie Sie sehen, gibt es für jeden den passenden Seychellen-Urlaub. Holen Sie sich mehr Inspirationen auf www.seychellenreisezeit.com